Hallo, mein Name ist Sarah Maria. Ich grüße euch aus meiner Praxis. Hängt eure Beziehung schief oder läuft etwas aus dem Ruder? Vielleicht sogar so aus dem Ruder, wie ihr es gar nicht wollt? Streitet ihr oder schweigt ihr? Was braucht eure Situation, damit es wieder erträglich, besser gut und noch besser, besser als vorher wird in eurer Beziehung? In einem gemeinsamen Paargespräch via Zoom nehme ich mir Zeit, eure Situation zu begreifen. Als neutrale Person möchte ich jeden einzelnen Partner verstehen, um eure Beziehung gemeinsam ordnen, klären und entlasten zu können. Ich gebe euch Empfehlungen, was ihr tun könnt, um die aktuelle Situation zu entspannen und positive Veränderungen anzugehen, je nachdem, was ihr einander zulasst. Deshalb schauen wir im Gespräch, was jeder von euch bereit ist beizutragen an Kommunikation, Klarheit, Zugewandtheit, Wertschätzung, um positive, ehrliche Schritte umzusetzen, die euer Beziehungsleben verbessern, vielleicht sogar erneuern und euch so die Kurve bekommen lassen. Gerne bin ich für euch da. Liebe Grüße aus meiner Praxis, Sarah Maria Ehrgeistina und ihr Prinzip jahre